Der Edersee in Hessens Urlaubsregion Nummer 1 Waldeck-Frankenberg ist zu jeder Jahreszeit ein attraktives Reiseziel. So auch für die Freunde des Excalibur. Sie trafen sich von Donnerstag, 5. September bis 8. September 2024 am Edersee. Das heißt ja Excalibur Club, ist das richtig? Ja, es ist kein Club, wir sind kein Club, des Excalibur, Freunde, Freunde des Excalibur und wir treffen uns einmal im Jahr an unterschiedlichen Orten, diesmal am Edersee, hier am schönen Edersee und haben 20 Autos zusammenbekommen, wo wir hier halt schöne Ausfahrten machen und halt den Tag genießen und nette Gespräche führen und natürlich viel Benzingespräch führen. Das sind natürlich beeindruckende Autos. Das sind beeindruckende Autos in verschiedenen Baureihen. Es gibt hier als Roadster, als Viersitzer, als Zweisitzer mit Small Block, mit 5 Liter, mit 7 Liter, 7,8 Liter, mit Schwiegermuttersitz ganz außen. Die darf dann auch mit und ja, wir haben das hier, wir beide, Marien und ich, haben das organisiert, diesmal und machen halt schöne Ausfahrten Richtung Aarholsen. Gestern waren wir am Zündstoff, haben da lecker gegessen und die Fahrzeuge präsentiert. Die Fahrzeuge kommen aus der ganzen Bundesrepublik? Die Fahrzeuge kommen von Freiburg bis Hamburg, über die ganze Bundesrepublik verteilt. Sogar leer oben haben wir eins. Aus leer, aus allen Teilen. Schon bei der Anfahrt natürlich Blickfang, ne? Bei der Anfahrt ist es ein Blickfang. Bei der Ausfahrt gestern, wenn wir, weil die Autos ja auch teilweise bis zu 6 Meter lang sind, mit einem Abstand dazwischen, brauchen wir schon ein paar hundert Meter Strecke, um ... Ist natürlich nicht so ganz einfach beim Einfahrten heute, ne? Ja, wir haben halt viel Platz. Wir brauchen viel Platz. Die Gemeinde hat uns ja einiges zur Verfügung gestellt. Nachher gibt es ein Highlight. Eine genehmigte Überfahrt über die Sperrmauer bekommt auch nicht jeder, ne? Ja, da haben wir großes Glück gehabt, dass wir das machen können. Wir fahren dann in die Kolonne hintereinander, schön über die Sperrmauer. Schön langsam, weil ich mit der Kamera da stehe. Ja, super. Und wir müssen dabei auch einfach mal sagen, der Helge hat uns tatkräftig unterstützt. Der hat bei der Organisation echt super geholfen. Und den müssen wir einfach mal nennen, weil der hat schon viel auch in Bewegung gesetzt. Ja, hat vieles möglich gemacht. Ja. Dann schauen wir mal, was es nachher so gibt bei der Überfahrt. Ja. Vielen Dank. Gerne. Ja. 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 Musik 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 Musik